Was ist das, was ich hier sehen? Was ist das, was ich hier sehen? Was ist das, was ich hier sehen? Was ist das, was ich denn? Was ist das, was ich nicht? Hier sind fünf Stück. Alles da ist jetzt. Ich komme, ich habe immer wieder einen Huch. Hier ist die Masse. Ich habe das erste Mal gelegt, ohne den Plaster, auf den Nogen. Hier ist der erste. Was ist jetzt? Ich habe nicht die Handzaflaste gestellt, aber sie nicht schreien. 15, 16, 17, 18, 19. Interessant.